Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Einfach anders führen und denken. Der Jessica Lackner Podcast, der mit dir gemeinsam den Leadership-Markt revolutionieren möchte. Für einen neuen Spirit, für einen neuen Geist im Business. Und ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist und möchte mich erstmal vorab ganz herzlich bei dir bedanken. Danke, dass du schon so, so lange meinen Podcast hörst. Danke, dass du mit dabei bist, wenn du neu bist. Und vielen Dank für all die Downloads in den letzten Wochen, Monaten, Jahren. Ich freue mich wirklich von Herzen, denn ohne dich würde es diesen Podcast nicht geben. Und danke auch an der Stelle für all die positiven Bewertungen, die ich bisher erhalten habe auf iTunes, Spotify, Deezer und noch viele weitere Plattformen. Danke, danke, danke. Ich lese mir alle Bewertungen immer selber, persönlich durch und freue mich einfach so unfassbar darüber. Denn das ist der Grund, warum ich weitermache, warum ich diesen Podcast ins Leben gerufen habe. Und es ein Herzensprojekt von meiner Seite ist. Und genauso ist es ein Herzensprojekt, dich zu unterstützen. Ich möchte dich in die Umsetzung bringen. Ich will dir und vielen anderen zeigen, wie leicht es sein kann, Menschen, Mitarbeiter oder Kunden anzuziehen. Auf eine einfache, unkonventionelle Art und Weise. Und du kannst das genauso. Ich bin überzeugt davon, dass es jeder Mensch kann. Es scheitert meistens an der Umsetzung und weil wir einfach viel zu viel denken in die verkehrte Richtung. Deswegen lade ich dich herzlich ein in meinen neuen Club, The CEO Leaders Club. Wir starten am 27.06. Da bekommst du ein Jahr lang alle Mindset, Leadership, Business Ressourcen, die du wirklich brauchst für deine Umsetzung in den Alltag. Und ganz egal, ob du gerade auf der Mitarbeitersuche bist, mehr Kunden haben möchtest, in die Leichtigkeit kommen willst, du bist herzlich willkommen. Denn wir machen ein People-to-People, wir haben ein People-to-People-Business, so heißt es. Und wir führen Menschen. Und da dürfen wir einfach auch wieder Mensch sein. Und unser Wissen, was wir in uns tragen, auf die Straße bringen. Den Link findest du in den Shownotes. Und heute geht es um ein Interview, wo ich interviewt wurde beim Robin König in seinem Podcast, die Arbeitgeber-Revolution. Wundere dich nicht, das ist ein Ausschnitt aus seinem Podcast. Wir sprechen darüber, warum Personalprobleme hausgemacht sind. Und ich rede darüber, wie du Mitarbeiter binden kannst, wie du sie für dich begeistern kannst und was moderne Führung heute wirklich ausmacht. Ich wünsche dir viel Freude bei dieser Folge und wie immer, teile gerne deine Aha-Momente in deiner Story auf einem Beitrag in LinkedIn oder Instagram. Und nicht vergessen, mich verlinken, denn dann hast du die Chance, wirklich ein Coaching mit mir zu gewinnen für 60 Minuten. Ich freue mich auf dich, deine Jessi. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, die Arbeitgeber-Revolution. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, und zwar die Jessica Lackner. Wie bin ich auf sie gestoßen? Ich habe vor kurzem ein Buch von ihr gelesen. Es war ganz einfach so, ich wollte sehen, was es für Möglichkeiten gibt, welche Bücher es generell zu unserer Themen gibt, zum Fachkräftemangel, zum Mitarbeiterführung, Mitarbeiterbindung etc. Und bin da auf das Buch von Jessica gestoßen, weil das eines der wenigen Bücher war, was wirklich sehr nah an der Praxis ist, wo Jessica aus ihren eigenen Erfahrungen spricht, was nicht das nächste Fachbuch war, das nächste Theoriebuch. Jessica, magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen, sagen, was dein Hintergrund ist, wer du bist, was du machst, und dann können wir da gerne etwas genauer darauf eingehen. Ja, gerne. Hallo Robin, ich freue mich erstmal mega, bei dir zu sein. Richtig cool. Deine Mission ist großartig, die Arbeitgeber-Revolution, denn das ist genau das, was die Leute brauchen. Weil ich war ja auch junge Führungskraft, ähnlich wie du, mit 21, hatte plötzlich ein Team von 30 Mitarbeitern, rein ins kalte Wasser und hatte keinen blassen Schimmer, wie Führung überhaupt funktioniert. Learning by doing, viele Aufs und Abs. Ich habe viel erlebt, wie die Menschen wegrennen, also ich kann auch ein Buch darüber schreiben, alles, was man machen muss, damit die Leute wegrennen, aber für mich erfahren, okay, welche Mindshifts darf ich denn machen, selber als Person, als Führungskraft, damit die Mitarbeiter bleiben, damit sie Fans der Organisation werden, zu Markenbotschafter und wie du halt dann weitere Betriebe auch aufbauen kannst. Und wie du dich natürlich auch als Marke präsentierst, um wirklich auch dann einen Fußstapfen zu hinterlassen in der Welt. Weil wir sind ja nicht nur da, um einfach einen Betrieb aufzubauen und wir arbeiten jetzt alle 24 Stunden, sondern wir wollen ja alle einen Spirit mit reinbringen in die Organisation. Und das heißt, du als Arbeitgeber, als Führungskraft, aber genauso das Team, das heißt, wir dürfen mehr sinnstiftende Arbeit machen. Und das war damals dann mein innerer Drang, mein Wunsch, etwas zu hinterlassen einfach. Und so kam dann eins zum nächsten, dass ich ein Buch geschrieben habe, wie kannst du es wirklich anders machen? Ich sage immer einfach anders führen, ja, auch Quereinsteiger, herzlich willkommen. Die darf man auch einfach anders führen und was es dazu braucht, vielleicht reden wir darüber heute. Ja, absolut, super. Du hast schon einige sehr wichtige und tolle Themen angesprochen, was mich auch an dem Buch sehr begeistert hat. Vielleicht beginnen wir ganz am Beginn auch, wie du das Buch auch eingeladen hast. Du kommst generell auch aus einer Unternehmerfamilie, ähnlich wie bei mir, weißt, wir haben jetzt auch in deinem Podcast schon darüber gesprochen, was so alte Führungsziele sind, was heute notwendig ist, um Mitarbeiter zu führen, was da die wichtigen Dinge sind. Du hast mit deinem Vater zusammengearbeitet. Wie war das damals? Was ist der Unterschied, wie damals geführt worden ist, wie es auch dein Vater gemacht hat und wie du es jetzt machst und wo du sagst, okay, so sollte man es heute machen? Ja. Ja, damals war es so, damals klingt so alt, das war 2006, ja, das war bei mir so Fußball-WM 2006, ganz Deutschland war einfach, vielleicht können sich manche noch daran erinnern, ja, 30 Grad über acht Wochen, einfach super schönes Wetter und kannst dir ja vorstellen, gerade in der Gastronomie suchen alle Mitarbeiter. Und jeder wollte Fachkräfte und die Mitarbeiter wollten ja am liebsten da arbeiten, wo es einfach schön ist, ja, direkt am liebsten auf der Ferienmeile, wo man jeden Tag Fußball schauen kann, war bei mir nicht der Fall, ja. Bei mir war es ein Strandbad Wannsee, Europas größtes Strandbad mit einer Länge von 1,2 Kilometer Sandstrand. Und die Herausforderung war, neben der Situation, dass ich einfach junge Führungskraft war, ja, war ich halt Blondie, Tochter vom Chef. Und das war schon mal die erste Herausforderung, die ich hatte. Und die zweite war, seine Generation ist noch so Zuckerbrot und Peitsche. So führen wir einfach die Leute, ja. Jeder muss funktionieren, keine Fragen stellen, bloß nicht mitdenken, weil ihr werdet ja dafür bezahlt. Und das war über Jahre so dieser Kampf, den ich natürlich hatte, weil ich gemerkt habe, ich will das so nicht mehr. Und ich habe gemerkt, die Menschen an meiner Seite wollen das auch nicht. Das heißt, wer geht dann erstens freiwillig bei 30 Grad in einem Strandbad arbeiten und steht vielleicht noch an der Fritteuse und schwitzt sich einen ab. Darauf hatten die Leute halt keine Lust mehr. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, war dann natürlich, wie kriege ich denn jetzt diesen Switch hin, dass die Leute sagen, hey, geil Jessica, ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als am Wochenende bei dir zu arbeiten und an der Fritteuse zu stehen und zu schwitzen. Aber das war halt der Plan. Ja, das war meine Vision. Ich wollte es jetzt hinkriegen, dass die Menschen das einfach gerne machen. Und da hatte ich sehr, sehr viele Quereinsteiger, Schüler, Studenten, alles Menschen, die noch nie vorher in der Gastronomie, geschweige denn mit irgendeinem Menschen zu tun hatten. Ja, und das funktioniert auch. Super, sehr spannend. Ich meine, wir haben ja bei unseren Partnern auch sehr oft die Situation, dass zum Beispiel die jüngere Generation, der Nachwuchs sozusagen, ein Familienunternehmer dann übernimmt. Wir haben generell, wir arbeiten mit Firmen, die schon in der sechsten Generation sind teilweise, die das wirklich schon lange führen in Betrieb. Und die sind auch immer wieder mit dieser Herausforderung konfrontiert. Wie mache ich das? Wie bekomme ich auch irgendwo den Respekt als junge Führungskraft? Und wie bist du damals damit umgegangen? Erstens mal, wie hast du es geschafft, dass du dann respektiert worden bist auch? Und was sind so die Dinge, die du wirklich konkret dann anders gemacht hast, um die Leute in diese Richtung zu führen, wie du es gerade schön beschrieben hast? Ja, das war wirklich die Herausforderung, dass er halt immer da war. Ja, und er es halt komplett anders gemacht hat. Ich habe eine Entscheidung getroffen, wie jetzt beispielsweise wir das Team heute aufstellen. Ja, ich war immer so, ich wollte gerne den Menschen einfach was beibringen. Mein Spirit war bis heute ist immer der Ansatz, beispielsweise lernst du erst mal im Eisladen Eis verkaufen und dann zeige ich dir, wie ein Bier zapfen geht zum Beispiel. Und er war immer so, nee, der Jakob, der kann ja nicht Bier zapfen. Der kann ja nicht an der Fritteuse arbeiten oder der kann ja nicht im Außenstand da arbeiten. Wo ich dann auch gesagt habe, warum denn nicht? Er hat es ja noch nie probiert. Ja, wir können es ihm aber zeigen. Und da war einfach diese Herausforderung, dass wir immer gegeneinander gearbeitet haben. Und ich konnte mich drehen und wenden, wie ich will. Er hat seine Meinung nicht geändert, bis ich dann irgendwann mal gesagt habe, so, entweder du oder ich. Es funktioniert so nicht, weil wir komplett einen anderen Spirit haben. Und das war für mich unfassbar anstrengend, weil du musst dir vorstellen, ich gebe dir tagsüber die Richtung vor und dann kommt jemand um die Ecke und entscheidet es mitten im größten Tagesgeschäft anders und brüllt über 300 Meter durch den Laden. Dass ich eine andere Entscheidung getroffen habe, dass das ja so nicht geht. Und das wollten halt die Leute nicht mehr. Und für mich war das halt super anstrengend, weil es hat mich ja dann auch keiner mehr vervollgenommen. Ja, und da dich einfach zu fragen, erstens, wie willst du denn selbst als Führungskraft sein? Ja, wir lernen ja nicht alle gleich Führung und das lernen wir ja auch nicht auf der Schule. Und wie du gesagt hast, ist ja so viel Learning by Doing. Aber die eine Frage, die wir uns halt alle stellen dürfen, wie möchte ich denn sein? Wie will ich wirken? Ja, wie will ich wahrgenommen werden? Was sind denn auch wirklich meine Werte? Wofür stehe ich denn persönlich? Und das dann aber jeden Tag konsequent zu leben. Und bis zu diesem Tag wusste ich es einfach nicht, weil ich habe mir keine Gedanken gemacht. Ich war wie so ein Fähnchen im Wind und bin halt so hin und her. Habe aber gemerkt, okay, das Fähnchen im Wind wird die Leute nicht halten. Und die sind dann gegangen. Das war so oft so, Robin, dass die Leute mir geschrieben haben, ich kann am Wochenende nicht kommen, weil... Und das heißt echt was. Gerade auch in der Gastro, wenn aber echt hier die Sonne knallt, der Planet brennt, hast du ein Problem. Und darauf hatte ich auch keine Lust mehr. Wie kriege ich es also hin? Erstens, wie gesagt, mal Gedanken machen, wie möchtest du sein? Und dann auch klare Kommunikation zum Chef. Zu sagen, hey, ich stelle mir das jetzt so vor. Ich will mein Team jetzt genauso führen. Die wollen das auch. Wir haben das gleiche Wertesystem. Lass mir diesen Freiraum. Und reden war halt damals schwierig in der Generation. Deswegen gab es nur die Option, entweder du oder ich. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, okay, ich mache es von heute so, wie ich denke, allein. Und er kommt halt nicht mehr. Und das hat er auch eingehalten. Das war auch mega. Und dann ging es halt los. So konnte ich es probieren. Ich konnte mit dem Team gemeinsam eine Richtung anpeilen, wo die selber auch gesagt haben, finde ich cool. Und ich schaue mal, welcher Platz hier für mich richtig ist. Weil die bewerben sich und denken sich, ja, Strandbad ist cool zum Arbeiten. Ja, keine Ahnung, was ich kann. Ich habe es ja vorher noch nie gemacht. Und da aber den Leuten, du hast es vorhin angesprochen, auch Machtkräfte in unserem Interview, aus den Menschen etwas zu machen, das ist die Aufgabe für mich in meiner Welt als Führungskraft. Selber zu wissen, was willst du selbst? Wo möchtest du mit deinem Team hin? Und dann ist es die Aufgabe, dich hinten anzustellen und die anderen groß zu machen, herauszufinden, was sind die Stärken? Hinten anstellen und die anderen groß machen. Sehr schön. Ja. Ja, um das geht es im Endeffekt auch, was eine gute Führungskraft ausmacht. Vielleicht noch kurz zu dem Thema mit deinem Vater. Also wie, was war der Punkt, wo er gemerkt hat, okay, es funktioniert auch so. Oder was hast du mit ihm da mal gesprochen, wo er nicht geglaubt hätte, dass es dann so funktioniert. Hattest du irgendwie so Erkenntnisse gegeben dann auch? Ja, die gab es ein paar Jahre später. Das hat man natürlich auch egobedingt. Ja, die können das dann ja dann nicht so zugeben oder wollen es nicht. Sie wissen, ah ja, okay, der junge Mensch da, auch vielleicht die Tochter ist ja dann immer noch schlimmer an der Stelle. Bei Männern manchmal. Ich habe ja auch Brüder und das war dann alles so ein bisschen, warum hat sie jetzt recht? So, ja. Ja, ja. Ich bin auch gegangen, gebe ich zu. Das habe ich auch ausführlich in meinem Buch geschrieben. Ich habe, es kam ein Tag, da habe ich hingeschmissen und gesagt, weißt du was, mach auf deinen Scheiß auf gut Deutsch alleine. Ich mache da nicht mehr mit. Ich kann es nicht mehr. Es ist mir zu anstrengend, die Leute immer wieder zu halten, immer wieder einzuspringen für drei Leute. Und in diesem Jahr gab es dann tatsächlich die Erkenntnis, dass es doch eigentlich ganz gut war, was ich da so gemacht habe. Und so kam ich ja dann wieder zurück, wo ich dann gesagt habe, okay, entweder du oder ich. Ich komme halt nur, wenn ich alleine. Ja. Und habe das dann tatsächlich so aufbauen können, dass ich mir einen Pool aufgebaut habe von 50 Leuten, die ich mir aussuchen konnte. Ja, ich habe die Leute zu Fans gemacht. Ich wollte, dass das ein Ort ist, wo die Spaß haben und Freude, dass es so ist. Hey, voll cool, die Sonne scheint, 30 Grad, wir gehen jetzt im Strandbad arbeiten und am Abend sitzen wir zusammen, essen vielleicht ein Eis, trinken Bier. Ja, also einfach irgendwie so cool und war dann so eine Community schon. Und ich habe immer gesagt, okay, wenn es so cool ist, frag doch mal deine Freunde. Vielleicht hat ja auch jemand Lust mal zu kommen. Und so war das dann so diese Kettenreaktion, dass ich dann irgendwann einfach einen Pool hatte. Und die fanden es so cool, dass die sich ausprobieren konnten und herausfinden konnten, stehe ich lieber an der Fritteuse, bin ich lieber an der Küche, stehe ich wirklich gerne am Gast oder bin ich ein Talent im Bierzapfen, kann ich auch einen eigenen Stand schon alleine führen. Auch die Möglichkeit den jungen Leuten zu geben, zu sagen, okay, ich vertraue dir, wenn es dann schon einen Schritt weiter ist. Ja, du darfst jetzt hier einen eigenen Stand führen und ich stelle dir heute zwei Leute an die Seite, arbeite die mal ein. Und dann auch diese flexible Führung zu gestalten, dass wir, mein Ansatz war, weil ich es erlebt habe, abhängig zu sein von Menschen. Ja, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann, dass du abhängig bist von Menschen. Von, so wie er, also mein Vater mir das damals gezeigt hat, beispielsweise der Jakob kann nur im Eisladen arbeiten und sonst keiner. War ich abhängig von Jakob, wenn der nicht kommt, habe ich ein Problem. Wenn ich nur zwei Leute habe, die an der Fritteuse arbeiten, ist auch blöd. Wenn beide nicht kommen, was mir auch passiert ist, ist richtig kacke. Ja, ja, ja. Also wollte ich nicht mehr abhängig sein, sondern ich wollte wissen, okay, ich habe hier alle, die da sind, die könnten da einspringen, wenn es drauf ankommt. Also unter dem Schritt kann man sagen, also irgendwo eine gewisse Art mehr Flexibilität, dass man Leuten mehr zutraut, dass man denen vertraut, dass man ihnen Verantwortung gibt und dem Ganzen auch wertschätzend da gegenüber tritt, oder? Kann man das so sagen? Ja, wirklich wertschätzend. Also erstens wäre ich ja gar nicht so gewachsen, wenn ich das Team nicht hätte. Also ich war immer dankbar, jeden Tag unendlich dankbar für alle, die da waren. Ich habe mich auch bei jedem, jeden Tag bedankt persönlich. Danke, dass du da warst. Danke für diesen geilen Job. Jedes Mal, egal ob wir fünf Gäste hatten oder zehntausend, ja, immer. Und weil ich halt weiß, ohne die bin ich nichts. Ja, ohne das Team wäre das alles nicht möglich. Und ohne das Team hätte ich nicht ein neues Restaurant aufmachen können, weil die mir dann den Rücken freigehalten haben. Ohne dem Team hätte ich nicht mein Coaching-Business aufbauen können, hätte ich jetzt nicht nach Österreich gehen können. Ja, ich hätte damals in Berlin gewohnt, mittlerweile in Österreich. Und weil die mir den Rücken freigehalten haben, weil wir das so flexibel auch gestaltet haben, konnte ich rauswachsen. Und habe denen die Möglichkeit gegeben, ihr seid das Unternehmen, nicht ich. Ja, absolut. Das ist sehr wichtig, weil es gibt ja, es ist ja sehr oft das Thema, dass manche einfach Angst haben, zu oft Danke zu sagen. Dass sich dann Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen nicht mehr so anstrengen könnten zum Beispiel. Aber eigentlich ist es genau das Gegenteil, oder? Es ist die beste und günstigste Form der Wertschätzung. Ja. Danke. Es kostet dich kein Geld. Es kostet manche Menschen vielleicht Überwindung. Aber es ist die beste und stärkste Form von Wertschätzung. Das ist mehr als, ich gebe dir jetzt eine Gehaltserhöhung. Das bedeutet den Menschen manchmal mehr als zu sagen, okay, ich lade dich jetzt mal zum Essen ein. Einfach wirklich ein Danke, aber aus tiefstem Herzen. Ja, was wirklich ehrlich gemeint ist. Hey, danke. Also was du heute gemacht hast, war mega. Oder wie du heute reagiert hast. Großartig. Wie du deinem Kollegen geholfen hast. Danke. Das war richtig cool. Ja. Das mal auszusprechen, was eine Person richtig gut gemacht hat und sich dafür zu bedanken, weil es ist nicht selbstverständlich. Und ich bin auch noch groß geworden, vielleicht kennst du es auch, dass es selbstverständlich ist, dass Mitarbeiter ihren Job machen, weil sie werden ja dafür bezahlt. Ja, genau. Das war halt noch immer so, da bin ich groß geworden. Ja, die brauchen auch nicht mitdenken. Die sollen einfach herkommen, ihren Job machen und wieder gehen. Und sie sollen vorsehen, dass sie heute überwiesen bekommen. Ja, genau. Richtig. Und da ist halt mehr dahinter. Und natürlich, wenn jemand sich bei dir bewirbt, ist es auf der einen Seite der Job von den Leuten. Ist ja logisch. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass ich jeden Tag über den Tellerrand hinausgehe. Und wenn du das nicht wertschätzt, und das geht ganz, ganz schnell, dann gehen die wieder drei Schritte zurück, die Leute, und fangen dann an, innerlich zu kündigen. Und dann hast du verloren. Dann ist eigentlich schon alles vorbei. Dann brauchst du auch kein Motivationsseminar mehr machen, weil dann schauen die ja schon, wo ist der nächste beste Job. Absolut. Ja, ja. Sehr schön. Und generell, du schreibst auch in deinem Buch, ist auch ein Titel, warum Personalprobleme oft hausgemacht sind. Das steht dann da eben gut dabei. Neben dem Thema Wertschätzung, worüber wir jetzt gesprochen haben, das ist ja eigentlich eines der wichtigsten Themen überhaupt, dass man eine gewisse Wertschätzung den Kollegen gegenüberbringt. Was denkst du, was sind noch so gründer, warum Personalprobleme hausgemacht sind? Der verkehrte Spirit beziehungsweise gar keinen Spirit. Also die Arbeitgeber, mal angenommen, du hörst jetzt hier zu, hast einen eigenen Betrieb und bist aber schon länger am Markt, vielleicht sogar schon 20 Jahre als Beispiel oder auch fünf kann auch passieren und du bist mal losgegangen mit einer Vision. Du hast ja irgendwann mal so einen Gründerwert gehabt, warum machst du das, was du tust. Und je erfolgreicher wir werden, je schneller das Ganze läuft, vergessen wir manchmal, und das ist jetzt auch nicht böse gemeint, das ist auch menschlich ab und zu, ja, dass wir vergessen, warum bin ich überhaupt gestartet. Und weil die Arbeitgeber das oftmals selbst vergessen, können sie diesen Spirit den anderen ja gar nicht weitergeben. Das heißt, die Menschen werden dann vielleicht angelockt durch vielleicht Geld, ja, es ist heute ja kein Motivationsfaktor mehr, aber es war vor ein paar Jahren noch so, ist es halt ein Grund, warum die gehen, wenn sie wissen, wenn sie nicht mehr wissen oder gar nicht merken, wofür steht eigentlich das Unternehmen? Wozu mache ich das denn? Was ist denn der Sinn dahinter, dass ich jeden Tag über den Zellerrand hinausdenke? Und das ist eins der hausgemachten Personalprobleme, weil dann natürlich jeder rumrennt, ich sage immer so, wie so ein aufgescheuchter Hühnerhaufen, die alle nicht wissen, wofür sie das Ganze machen. Die kommen dann und jeder rennt irgendwo in die andere, jeder macht so sein Ding einfach, weil keiner weiß, wofür machen wir das denn alle? Weißt du, wie ich meine? Und durch diese fehlende Kommunikation an der Stelle, das heißt dieses fehlende Bewusstsein auch von Arbeitgeber, ja, von Inhaberseite runter in die Führungsebene, wenn die alle gar nicht konkret wissen, wofür mache ich das denn? Jede Führungskraft versucht dann immer irgendwie Feuer zu löschen, aber laufen halt alle in unterschiedliche Richtungen. Also würdest du auf einem Boot sitzen mit, da sitzen 20 Menschen, jeder hat einen Paddel in die Hand und jeder rudert in eine andere Richtung, bewegen wir uns halt nicht vom Fleck. Ja, genau. Ich meine, es überlegen dann immer, alle denken darüber nach, wie kann ich jetzt die Jobs attraktiver machen, wie gewinne ich jetzt die Leute? Dann glauben immer, die einfachen Ausreden sind dann immer die, ja, ich kann das Gehalt nicht zahlen, was die Leute da alle verlangen und die jungen Leute wollen sowieso nichts mehr arbeiten und ich bin ein kleiner Betrieb, ich kann keine Aufstiegsmöglichkeiten bieten. Aber das ist alles nicht notwendig. Im Endeffekt, Wertschätzung ist wichtig, also dass man sich zeigt, wie man ist, ja, dass man auch ehrlich ist, dass man auf Augenhöhe kommuniziert und so wie du richtig sagst, dass man ein gemeinsames Ziel hat im Endeffekt. Und was ich extrem spannend finde, dass man das über die Jahre vielleicht aus den Augen verliert und dass man einfach sein tägliches Rad hat und seinen Job einfach macht und ihn auch sicher gut macht. Aber dann vergisst man eigentlich, wofür man das gerade so macht. Das ist sicher der Grund, warum dann irgendwo die Motivation noch verlangen geht. Ja, voll. Und vor allem halt dann auch die Leute mit zu integrieren, ja. Also ich hatte ja dann 2015 noch ein eigenes Restaurant aufgebaut, die schützen wird dann auch in Berlin. Und du musst dir vorstellen, das war mitten im Wald, ja, total verstaubt. Da ist keine Sau hingerannt, außer Wildschweine, wirklich. Das war so versteckt und jetzt macht da ein Restaurant auf mit dem Ziel, du willst geile Mitarbeiter finden und richtig coole Leute. Und was braucht es an der Stelle? Eine geile Vision. Was ist denn die coole Vision? Meine Vision war, ich will die besten Gänse von ganz Berlin da verkaufen und ein richtiges Event draus machen. Das war halt so meine Ausgangssituation. So, und was, das Erste, was wir halt machen dürfen, selbst begeistert davon zu sein. Das so sehen wie, wow, das blüht auf, das ganze Restaurant ist voll und das ist halt voll cool. So, und dann erzählst du anderen Menschen davon. Steve Jobs hat damals mit seinem Apple iPhone nichts anderes gemacht. Der ist in die Bar gegangen, hat Menschen davon erzählt und die fanden das geil. Wow, cool. Ich habe zwar keinen Plan, wie es geht, aber ich bin am Start. So. Und genau so habe ich es halt dann auch gemacht. Und Jahre später habe ich das erst von Steve Jobs bei The Way gelesen. Das heißt, du musst dich nicht unbedingt weiterbilden vorher. Du hast ja schon viel in dir drin. Ja. Aber sich selbst einfach mal die richtigen Fragen stellen. Was willst du denn damit bezwecken? Ja, das ist nicht der Grund, dass ich jetzt damit reich werden will, Geld verdienen will. Das ist auch wichtig. Ja, sonst würden wir es ja nicht machen. Aber es ist nicht der Hauptgrund. Wir wollen ja etwas Sinnvolles hinterlassen. Und ich wollte einen sinnvollen Ort kreieren, wo Mitarbeiter gerne hinkommen und wo die Menschen sich einfach wohlfühlen und ein Erlebnis mitnehmen. So. Und da ist es natürlich wichtig, diese Vision erstens so bei anderen Menschen, dass dieser Funke überspringt. Aber auch zu sagen, okay, was habt ihr denn für Ideen? Ja, viele sagen ja, ich habe jetzt das geilste Konzept, die beste Idee, ich nehme jetzt den besten Standort und da setze ich das dann durch. Frag gar nicht die Leute, was die davon halten, was die vielleicht noch von Ideen haben. Und ich beschäftige mich auch nicht, was die Gäste brauchen. Und das ist in meiner Welt der verkehrte Weg. Das Konzept kann ja cool sein. Aber integriere alle Menschen, die du hast, mit da rein in deine Vision, weil die sorgen dafür, dass das größer wird. Und hätte ich meine Mitarbeiter nicht gehabt, die haben dann Ideen mit eingebracht, lassen uns das bunt gestalten. Wir haben dann Dürndl angezogen in Berlin, hatten so eine riesengroße bunte Brille auf, wenn wir unsere Gänse präsentiert haben. Die Gänse wurde mit so einer Feuerfontäne noch, so eine Show haben wir halt da draußen gemacht. Wenn wir Zeit hatten, lief noch das Lied vom Traumschiff und das war halt einfach so ein Highlight. Das haben die Gäste fotografiert mit Handys und Kamera und wir waren dann im Jahr voraus wieder ausgebucht für das nächste Jahr. Und immer wieder neue Ideen rein, immer wieder optimieren, mit dem Team gemeinsam. Die dürfen entscheiden. Ich habe gesagt, es ist mir egal, welche Weine wir haben, es ist mir egal, wie ihr das macht. Bringt eure Ideen rein und probiert es aus. Wenn es nicht gut läuft, dann machen wir halt was anderes. Absolut. Ich glaube, das ist auch der einzige Weg, wie du es schaffst, dass jeder committed ist und dass jeder sagt, okay, ich habe da Bock drauf, ich will das durchziehen. Weil wenn du als Führungskraft über alle hinaus das Ganze entscheidest, ist das erstens mal irgendwo arrogant, weil man glaubt, man ist der Beste, man weiß alles am besten. Nur deine Kollegen, die sind eigentlich in ihren, also bei uns als Abteilungen, auch bei vielen anderen Betrieben, die sind in ihrem Bereich idealerweise die Experten und die wissen, wie es am besten funktioniert. Und wenn du dann über die hinaus entscheidest und die wissen eigentlich, dass es anders besser funktionieren könnte, aber da haben sie nichts sagen, weil sie Angst haben, dass sie dann einen am Deckel bekommen, das ist ja sehr viel Betrieb leider noch so. So funktioniert es halt eben nicht. Und ich glaube, das ist der beste Weg, um gemeinsam zu motivieren. Und guck mal, auch da zum Thema Recruiting, ja, auch das, was du machst, das gab es halt damals in meiner Zeit jetzt noch nicht so stark, ja. Bei mir war noch so Instagram ganz am Anfang, damit wollte ich noch gar nichts zu tun haben. Ich habe das auch an meinen Team abgegeben. Ich habe gesagt, okay, das ist jetzt hier irgendwie, alle haben mir davon erzählt, ja, wir müssen Instagram machen. Ich so, boah, voll anstrengend, willst du das nicht machen? Ja, ich habe dann halt mein Team gefragt, habt ihr Lust, das aufzubauen, macht Fotos. Die hatten total Freude daran, Fotos zu machen, um diesen Feed zu füllen, ja, damit da, was die sich da alles einfallen lassen haben. Und auch wieder zum Konzept zurück, habe ich die gefragt, was ist man denn in Berlin so, was ist denn gerade Trend? Weil ich hatte ja keine Zeit, in die Stadt in Anführungszeichen zu fahren, ja. Ich hatte nur gearbeitet. Ich war nur in Wannsee bei den Betrieben und die waren aber nach der Arbeit in Bars, in neuen Restaurants, in Cafés. Da gab es dann neue Trendgetränke, von denen habe ich alles noch nichts gehört. Ich so, okay, dann lass uns mal was ausprobieren. Und das Gleiche auch beim Recruiting, wollte ich jetzt nochmal kurz abschließend dazu sagen, zu sagen, okay, worauf springen dann die jungen Leute an? Was findet ihr denn gut? Und dann das Team mal ausprobieren zu lassen, wie man jetzt die Videos macht. Wie können wir die Instagram-Seite umgestalten, dass wirklich die Leute sich angesprochen fühlen? Ja, das ist die Frage, die man sich stellen muss, im Endeffekt, absolut. Und dann natürlich so einen Experten wie dich dazu zu holen, ist halt mega. Und wenn man das alles so umsetzt mit dir gemeinsam, ja, dann könnt ihr nur gewinnen und Leute anziehen. Eigentlich ist es einfach. Wir dürfen nur anders denken. Ja, absolut. Deiner Meinung nach jetzt, also wir haben jetzt sehr viel über interne Dinge gesprochen, wie man das gestalten sollte, den Arbeitsplatz, wie man führen sollte auch, wie man für Motivation sorgt. Was denkst du, wie kann man das überhaupt gut nach außen kommunizieren? Ich meine, es ist unser Gebiet, glaube ich, würde einfach deine Meinung interessieren, was ist so, wenn man beginnen möchte, als Arbeitgeber sichtbarer, greifbarer zu werden, authentisch wahrgenommen zu werden, was sind so die Dinge, die du auch deinem Partnern rätst, also was man machen kann? Ja. Also natürlich selber sich erstmal fragen, wie gesagt, wie will ich selber sein? Wie möchte ich wirken? Wie will ich nach außen wirken? Und wie bin ich halt einfach als Person? Und das Gleiche als Aufgabe auch für die Führungskräfte, für die Teammitglieder. Und das auch mal übereinander zu legen, ja, welche Werte haben wir denn hier? Welche Kernwerte, welche Unternehmenswerte haben wir? Weil das ist unfassbar wichtig für die Authentizität, weil wenn der Bewerber, der Kandidat kommt und es wird was völlig anderes gelebt, als das, was auf der Webseite steht, ist die Person weg, noch am gleichen Tag. Das dürfen wir uns heute nicht mehr erlauben. Und einfach wir selbst zu sein, sich trauen, sich selbst einfach zu zeigen. Ja. Ja, also... Nicht perfekt zu sein, also nicht dieses perfekte Ideal zu schaffen, sondern so zu sein, wie man wirklich ist. Ja, richtig. Und da haben aber viele Führungskräfte Angst, weil sie in eine Rolle schlüpfen. Ich mache ja in meinen Führungskräfte-Coachings im Endeffekt ja nichts anderes. Ich sage denen, sei einfach, wie du bist. Überlege dir, was ist dir als Person wichtig? Welche Werte? Und dann schau, wie kriegst du das umgesetzt im Unternehmen? Und passt das überhaupt zusammen? Und wenn natürlich die Werte nicht matchen, dann funktioniert das nicht. Ja, ja. In deinem Führungskräfte-Coaching. Also warum glaubst du, haben da so viele Angst davor? Angst vor Ablehnung, Anerkennung. Ja, viele Rollen rutschen ja auch in die Position rein, weil es vielleicht der nächste Schritt auf der Karriereleiter ist. Weil du vielleicht da ein bisschen mehr Geld verdienst. Und die sagen, okay, ich mache das jetzt einfach mal. Ja. Da ist dann aber keiner im Betrieb leider. Und da auch bitte alle jetzt genau hinhören, liebe Arbeitgeber. Setzt euch mit euren Führungskräften bitte hin und fragt die, was sind die Werte? Wo willst du hin? Was ist dir wichtig? Ja, wirklich auch, dass die sagen können, okay, das ist mir wichtig. Das ist meine Rolle. Das möchte ich den anderen weitergeben. Weil nur so, wenn die Führungskraft das authentisch lebt, ist sie in der Lage, zum Menschenmagnet zu werden, aus Leuten Fans zu machen, der Organisation. Aber wenn sie immer Angst hat, etwas falsch zu machen, der Rolle nicht gewachsen zu sein, Angst hat vor Ablehnung, der Chef könnte jetzt sauer sein, ich könnte jetzt meinen Job verlieren, Angst davor zu haben, ich werde vielleicht nicht respektiert von meinem Team. Dann wird das alles so eintreten. Deswegen halt vorher die Gedanken schon in die Richtung hinlenken, wie will ich es haben? Ja, ja, absolut. Das sind sehr gute Punkte, die du da sagst. Vielleicht noch eine abschließende Frage, was sind so für dich, also vielleicht auch als Fazit, so die wichtigsten Dinge, wie man sich als Arbeitgeber in Zukunft aufstellen sollte, dass man weiterhin existieren kann, um das Ganze extrem auszudrücken, um da wirklich weiterhin gute Leute für sich zu gewinnen. Zusammengefasst, was sind so die allerwichtigsten Dinge, auf die ich achten sollte? Also das Allerwichtigste ist, sich selbst wieder bewusst zu machen, dass wir alle Menschen sind. Ja, danke. Ja, dass wir einfach, es geht um echte Herzensconnection, sage ich immer, ja, von Mensch zu Mensch. Ja, so wie wir beide hier sprechen. Wir beide reden von Mensch zu Mensch. Es ist vollkommen wurscht, was ich alles schon gemacht habe in meinem Leben und es ist vollkommen egal, was du gemacht hast. Es ist von Mensch zu Mensch, ja. Absolut, ja. Und einfach so von Seele zu Seele reden und den Menschen so sein zu lassen, wie er ist und ihn einfach nur in die Kraft bringen, in die wahre Größe zu bringen, dass die Leute wieder ihren eigenen Erfolg auch leben und erfahren. und weg von diesem ganzen Ego-Getriebenen, ich fühle mein Unternehmen jetzt, weil ich bin der Tollste auf dem Planeten, sondern ich bin auch nur ein Mensch und ich darf auch mal Fehler zugeben. Ich darf mal zeigen, mir geht es heute nicht so gut. Ich darf mal ehrlich sagen, ich würde aber lieber jetzt mal mit meiner Familie Zeit verbringen oder ich nehme mir jetzt einfach die Zeit mit meiner Familie, weil ich will nicht mehr so viel arbeiten. Ja, also einfach authentisch zu sein, transparent zu sein und die Menschen Mensch sein lassen, nicht bewerten, ja, und wirklich mal versuchen, bewusst sich auf die positiven Dinge zu konzentrieren. Und dann ist das erstens, der gesamte Alltag schon leichter, ja, wenn wir uns einfach mal darauf konzentrieren, hey, was macht denn der Robin einfach so richtig gut? Ja, hey, voll cool, was der alles Tolles gesagt hat. Ja, wie oft höre ich aus meinem Umfeld, allein, wenn es mal um Fernsehsendungen geht oder auf Instagram, viele konzentrieren sich immer nur auf das Negative. Das finde ich blöd, das finde ich blöd. Das sind meistens Menschen, die es eh nicht besser machen. Absolut. Aber bei Mitarbeitern genau das Gleiche. Mein Vater damals immer, ja, der kann ja nichts. Ja, wieso soll ich den denn einstellen? Ist ja keine Fachkraft, der kann ja nichts. Ja. Ich so, ja, aber es ist ja auch unsere Aufgabe, denen das beizubringen. Absolut. Einfach mal mitzunehmen und darauf zu konzentrieren, herauszufinden, was kann die Person denn einfach richtig gut? Ja, ich glaube, wenn man das verstanden hat. People-Business einfach. Ja, genau, genau. Ich habe auch sehr viel damit zu tun, mit sich selbst im Reinen zu sein, glaube ich, auch mit seinen Mitmenschen im Reinen zu sein, einfach mehr Klarheit. Und sobald man das schafft, auch noch nicht wertend ist, wie du das schon sagst, dann bekommen wir noch eine gewisse Leichtigkeit. Dann nimmt man das alles nicht mehr so ernst. Dann funktioniert es einfach. Man hat so diesen Flow viel mehr dann. Und es wird alles einfach viel leichter. Ja, voll. Und guck mal, ich war ja auch, weil ich halt so jung war, ich musste mich immer beweisen. Ich war halt damals so in so einer Rolle drin. Das war zu der Zeit, als ich angefangen habe, nicht so, ja, du bist jetzt 21 Geschäftsführerin hier vom Strandbad Wannsee, wow, sondern, ja, Blondi, zeig erst mal, was du kannst. Ja. Ja, dieses immer beweisen müssen. Und die Zeiten sind vorbei. Ja. Ja. Wir sind Gott sei Dank heute in so einer Zeit, wo wir uns nicht beweisen müssen, sondern die Leute, die können ja schon so viel und denen einfach die Chance zu geben, zu zeigen, was sie können. Ja. Und uns auf das Wollen zu konzentrieren bei den Kandidaten und nicht auf das Können. Und wenn wir das machen, haben wir auch keinen Personalmangel und keinen Fachkräftemangel. Super. Das war ein sehr guter Abschlusssatz an der Stelle. Jessica, wir haben ja gemeinsam eine Podcast-Episode auch für deinen Podcast aufgenommen. Den werden wir jetzt direkt hier unterhalb auch verlinken. Wo findet man dich sonst noch? Also, wenn ich mich interessiere, was kann ich finden von dir? Yes. Also, ihr findet mich auf Instagram jessicalackner.official. Auf LinkedIn auch einfach jessicalackner eingeben. Auf TikTok sieht man ein wenig, da übe ich auch ein bisschen. Gebe ich zu. Ist so die Plattform, die ich jetzt auch mal so ein bisschen austeste. YouTube und ansonsten einfach mal Jessica Lackner eingeben. Da findet man eigentlich ganz viel über mich. Super. Dann sage ich vielen herzlichen Dank für das Superinterview. Ich glaube, da waren ein paar echt sehr gute Dinge dabei, wo sich andere einiges mitnehmen können. Und ja, vielen Dank. Danke dir vielmals für das tolle Interview und wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin. Ich finde es großartig, was du machst. Wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.